Hey Kris, dieses Jahr hast du mir ein riesiges Geschenk gemacht. Es war jetzt Weihnachten, aber ich sage dir, die Homepage, die ich mit dir machen durfte, weisst du, erstens ist ja alles so schnell gegangen. Du hast mich absolut sofort verstanden, um was es geht, was zu mir passt. Also ich bin wirklich, du weisst es, ich habe es schon manchmal gesagt, einfach nur begeistert. Und weisst du, was ich jetzt alles bekommen habe? An Feedbacks. Den Leuten gefallen einfach Fotos, Farben gefallen. Sie sagen, das ist authentisch, wenn sie mich sehen. Sie sagen, weisst du, das ist genau du. Und die Person, die jetzt hier steht, entspricht genau einer Person auf der Homepage. Und ich sage dir, für mich ist das ein riesiges Geschenk. Und was das allerschönste ist, ich bekomme wirklich ganz viele Kunden wegen der Homepage. Und das ist heutzutage in der heutigen Zeit, weiss Gott, wenn ich selbstverständlich. Und darum möchte ich dir ganz, ganz herzlich danken, um dir jetzt so schöne Weihnachten. Und ich wünsche, dass du, dank deinen Homepages von vielen Leuten, die jetzt hoffentlich auch noch Freude machen, dass du ein ganz beschenktes Jahr gehst. Ich danke dir und freu mich auf eure Zusammenarbeit. Mach's gut. Ciao, Chris. Tschüss.